Beeinflusst von den Ideen der Aufklärung rütteln die amerikanischen Gründerväter an der Macht der souveränen Monarchen. Herrschaft wird legitimiert durch die Zustimmung des Volkes. Fehlt diese, so hat das Volk das Recht, seine Regierung zu ändern oder gar abzuschaffen. Dies wird in Philadelphia am 4. Juli 1776 politische Realität. Der Kontinentalkongress verabschiedet die Unabhängigkeitserklärung.